Liebe Naturschwammerinnen und Naturschwammer, im April reisen wir mit euch ins schöne Bamberg im Oberfränkischen zur LBV Umweltstation Fuchsenwiese. Mein Name ist Judith Fürst und ich bin seit 16 Jahren als Pädagogin an der Umweltstation tätig. Und nein, ich wohne nicht hier im Hexenhäuschen, wie ich von vielen neugierigen Kindern gefragt werde. Herzlich willkommen auf unserem etwa ein Hektar großen, naturnah gestalteten Umweltbildungsgelände, das viele Lebens- und Kleinstlebensräume zum Entdecken bereithält. Nur für Projekte zum Thema Wald müssen wir einen kleinen Fußmarsch in Kauf nehmen, um in den Bruderwald zu gelangen, eine der grünen Lungen der Stadt. Die Fuchsenwiese bietet eine attraktive Kulisse für Zeitreisen, beispielsweise im Rahmen von Mittelalterwochen. Oder um Themen zu nachhaltigen Lebensstilen lebendig mit verschiedenen Zielgruppen aufzuarbeiten. Unsere Besucherinnen und Besucher erforschen mit unseren Teams kleine und größere Wunder der Natur. Zentrum und häufig Standort des krönenden Abschlusses von Veranstaltungen ist die große Feuerstelle. Hier wird selbst zubereitetes Stockbrot gebrutzelt oder auch Popcorn hergestellt. Mit geheimnisvollem Ploppen. Ausbruchsicher in einer gut verschlossenen Pfanne. Unsere Projekte finden bei jedem Wetter draußen statt, teilweise in überdachten Bereichen. Unser gemütliches Umweltbildungsgebäude wird vor allem bei Fortbildungen für die Präsentation von digitalem Bildungsmaterial genutzt. Und manchmal sucht auch unsere vierbeinige und lernwillige Helferin Luna hier etwas Ruhe. Natürlich nur, wenn die Kinder sich von ihr trennen können. An unserem Teich lässt sich hautnah der Lebensraum Wasser erforschen. Mit seinen zahlreichen Klein- und Kleinstlebewesen. Der Flachwasserbereich, im Sommer blütenreich, von Wasserpflanzen eingesäumt, ist ein Eldorado für diverse Wasservögel, da er optimale Brutmöglichkeiten bietet. Hier fühlt sich unter anderem Familie Blessun wohl. Bei Piratenabenteuern dürfen die wagemutigen Rabauken gerne ihren Mut beweisen und eigenverantwortlich flößen. Bestens versteckt ausspähen lässt es sich von unserer Vogelbeobachtungswarte. Beispielsweise Gäste wie den farbenprächtigen Eisvogel, der zum Fischen vorbeikommt. Erfolg garantiert, wenn unser frisch angelegtes Weidenhaus wieder dichtes Grün aufweist. Jetzt kommen wir noch zu meinem Lieblingsplatz, weil herrlich versteckt und wunderbar geeignet, mit einer wilden Horde von Fuchsenwiesen-Fans auf überschaubarem Raum etwas ruhiger zu werden und sich über spannende Erfahrungen und Erlebnisse gemeinsam auszutauschen. Hier hat sich heute auch noch eine Überraschung versteckt. Ich bin Hannah Kufall und unterstütze als Honorarkraft den Betrieb der Umweltstation. Ebenso gerne machen wir Projekte mit euch außerhalb. Oder ihr nutzt unser digitales Bildungsangebot wie bei den Naturschwärmern diesen Monat zu Wildkräutern. Viel Freude dabei!